Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Video, was ich hier aufnehme, weil ich jetzt ein paar Fragen bekommen habe von euch. Denn es ist so, dass noch nicht alle das neue Update von Lightroom, Photoshop und so weiter bekommen haben. Und ich wurde gefragt, warum habe ich das schon und wie kann ich da selber rankommen? Deswegen ganz kurzes Video. Ich möchte gar nicht lange rumquatschen, sondern ich möchte dir nur ganz kurz zeigen, wie du es vielleicht bekommen kannst. Als erstes muss man natürlich sagen, Adobe rollt das langsam aus. Also da wird nicht jeder sofort immer alle Updates gleichzeitig bekommen, sondern es ist so, dass das quasi ein Soft-Launch ist und Adobe das langsam ausrollt und jeder so nacheinander innerhalb von 24 Stunden ungefähr dann dieses Update dann auch bekommen wird. Bei mir wurde es auch nicht direkt angezeigt. Ich habe dann tatsächlich schon Meldungen bekommen, dass einige das schon haben. Bei mir wurde es noch nicht automatisch angezeigt. Ich bin jetzt hier gerade in der Adobe Cloud drin. Das ist ein eigenes Programm, was man öffnen kann. Und hier habe ich meine ganzen Apps bzw. Softwares, die ich dann halt runterladen kann. Also dieses Programm musst du einfach einmal öffnen. Das hast du drauf, wenn du die Adobe Cloud hast. Dann einfach hier einmal in die Creative Cloud reingehen und dann einfach mal schauen, ob du hier nach Updates suchen kannst. Sollte es nach wie vor nicht funktionieren, dass hier dann tatsächlich schon gesagt wird, du kannst updaten. Was ich dann gemacht habe, ich habe mich einmal hier komplett abgemeldet von der Creative Cloud. Also es hat auch gar nicht funktioniert, wenn ich das Programm einmal komplett geschlossen habe, sondern ich habe mich wirklich einmal komplett abgemeldet und neu angemeldet. Und dann war das Update sichtbar. Also vielleicht funktioniert es so. Die aktuellste Version, die heute rausgekommen ist, ist Photoshop Version 23.0 und bei Lightroom Classic ist es Version 11.0. Also nur da auch nochmal zum Verständnis, welche Version jetzt hier die aktuellste ist. Also mit dem 26. Oktober 2021 kannst du auf Version 11.0 bei Lightroom Classic und bei Version 23.0 bei Photoshop updaten. Das also nochmal ganz kurz. Wie gesagt, erstmal hier auf den Button klicken, nach Updates suchen und falls das nicht funktionieren sollte, melde dich mal komplett von der Cloud ab und melde dich neu an. Und meistens funktioniert es dann. Ansonsten musst du dich halt noch ein paar Stunden gedulden, aber ich denke, dann ist es auch auf jeden Fall für dich verfügbar. Du kannst dann das Ganze hier auf der linken Seite unter Update übrigens dann sehen und da steht dann hier nicht öffnen, sondern aktualisieren und dann kannst du das Ganze auch entspannt herunterladen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.